So Leute, jetzt zum Free-Air von den Telefunken Lautsprecher. Leider steht keine Wattzahl dran. Aber ich denke mal 10 Watt pro Treiber, also 40 Watt Gesamtleistung wird es schon sein. Keinen weiter Kontakt gibt es nicht schön hier. Ist auch ein bisschen eng hier gemacht mit dem schnell mal gemacht. Aber das Gehäuse ist gedämmt. Also da ist schon Dämmstoff drin. Was man so nicht bei Billig-Lauspfeiern unbedingt erwartet. Aber woran man sofort merkt, dass es ein Billig-Lauspfeier ist. Es wabbelt. Also wirklich weiches Plastik. Wobei das hier schon wieder ein bisschen dicker ist oder stabiler ist das Plastik. Aber diese Tromplatte, die ist... Naja... Da ist manches Schaumstoff noch steifer. So. Das Wasserflex vor. Kleines Kunststoff. Kann man auch nicht auch einander nehmen. Ist zusammengeklebt, genötet, wie man will. So, jetzt zu den Treiber. So. 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 Leute. Dann lohnt sich doch den Dreck draufzulassen. Ha! So viel zum Thema Sauermachen lohnt sich da. Von wegen. Also. Tschüss bis zum nächsten Video.